Interessant, dass sie jetzt auch noch Hunger kriegt. Muss ich sie jetzt jedes Mal füttern? Wo gehst du, wo willst du denn hin? Ach ja, das waren ja die Gitter. Ich hab's schon da vergessen. Wui! Aber wo muss ich denn jetzt... Muss ich jetzt echt da rüberspringen? Oh nein. Warte mal, das wackelt auch. Jetzt komm ich rüber. Und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Oh, ich kann hier hochklettern. Ich verstehe. Muss ich jetzt den Strom abstellen oder ist das hier ein anderer Weg? Ach du heilige Scheiße. Die Stimmung hier ist echt bedrückend. Ja, ich weiß es enthalten. Bis zum währenddessen wissen schon. Tschüss! Ich weiß ich fixed. Was soll ich jetzt tun? Was passiert denn jetzt? Ich verstehe das nicht. Der eine Schalter leuchtet. Und jetzt haben wir das Ding hier rübergezogen. Für was? Kannst du auch wieder zurück? Okay. Das dauert seine Zeit, bis es hier rüberkommt. Ich denke... Hä? Muss ich da rüberrennen? Ich habe keine Ahnung. War das so killer? Noch nicht schwer zu gucken? Nein! Ich wollte rennen. Warte, warte, warte. Das hat irgendeinen Sinn. Alter, die hängt immer fest. Das gibt es doch nicht. Bis ich es raus habe, warte. Oh mein Gott. Muss ich da so rüberspringen? Jetzt können wir ja mal fragen. Scheiße. Interessiert sich einer für Star Citizen? Ich finde es schon interessant. Ich habe es aber immer nur selbst bei anderen Streamern gesehen. Nie selbst gespielt. Oh. Oh. Ups. Du musst wesentlich schneller... Ja. Ich habe mich gerade umgebracht. Upsi. Ich merke, meine Konzentration lässt immer mehr nach. Was zum Teufel? Läuft gerade ein Stream der 3.0-Versionen auf der Gamescom. Okay. Und das ist interessant, oder? Ich weiß ja nicht, was die Version so bringt. Ei, 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 ei. Nein, was macht sie denn? Alter. Was macht sie denn? Sie ist voll hängen geblieben. Ich werde sie noch sehr viel Freude haben, glaube ich. Na toll. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Nein, nein. Oh, ich will immer diesen scheiß A-Knopf drücken. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht tue, nur wenn ich wirklich springen möchte. Das sehe ich hier noch nicht so aus. Wenn ich jetzt wieder sterbe, ist echt kacke. Ah nein, jetzt muss er erst zu mir. Jetzt mal, den bleibt da mal hängen. Ich muss, glaube ich, den Knopf loslassen. Warte. Bitte. Geh doch, klettern! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, das müsste reichen. Okay, das hätte ich mir auch geschafft. Ach, du heile. Muss ich jetzt links durch, oder? Wie komme ich überhaupt hoch? Ich verstehe. Vielleicht sollte ich das aber bei dem jemanden, oder? Oder bei dem? Das klemmt. Das klemmt auch. Huch! Ja, das wird so nichts, ne? Kleiner... Hallo, du musst runter. Das kann ich noch weiter rausziehen, Marino. Verdammt! Wie kriege ich das jetzt zurück? Nein, ich hab's erkannt. Oder kann ich da rüberspringen? Okay. Oh, Gott sei Dank. Ähm... Okay. Oh, ist ja eine Folter hier. Nein! Oh, das darf nicht wahr sein. Sie hängt immer irgendwo fest. Ich schlage sie gleich. Sie kriegt nichts mehr zu essen. Genauso wie Alma immer. Und dann hab ich die Strafe bekommen. Okay, was ist das hier? Oh, guck mal, wer da drin ist. Komm mal raus, da. Wo bist du hin? Bleibst du gefälligst hier? Wo ist ja... ...das Ding? Hier in der Ecke bestimmt. Verdammt, ist abgehauen. Was fällt ihm ein? Kann ich jetzt hier durch? Ohne zu sterben? Da ist er! Hallo! Oh, man kann hier alle kuchen Nudeln. Oh, wie süß. Was, ich würde meine Kinder verhungern lassen? Ja. Sicher nicht mein Kind. Oh. Nein. Ich nutze nur die Schwachstelle aus. Schwachstelle aus. Kann sie nicht da an das scheiß Seil heranspringen? Ich muss das jetzt wieder machen! Come on! Oh, das Spiel ist ja brutal. Oh, wie gemein ist das bitte. Ja, mach noch weiter zu, dass ich gar nicht mehr da rankomme. Ich hab's zugegeben, Hexe. Nein. Quatsch. Muss ich da ranspringen? Komm schon, bitte. Warum springt sie da nicht ran? Komm! Nipp, nipp, nipp! Das gibt's nicht! Das Spiel ist pures Mobbing. Ich würde sie essen, wenn sie schon fett geworden sind. Ja. Warum ist das hier so dumm? Oh, danke, Spiel, dass ihr mich davon erlöst habt, weil ich hier laufend runterfalle. Wow, jetzt fühl ich mich gar nicht schlecht. Ich geh in den Eimer, lass mich noch in Ruhe. Oh, wie süß! Sie ist so klein, dass sie im Eimer passt. Das Knoten... Ach so. Oh mein Gott. Das Gewicht. Ich hab's mir gar nicht angeguckt. Gut zu wissen. Aber ich hab's ja geschafft, ne? Oh, nein! Nein! Nicht die schon wieder! Geht weg! Ach, du heilige Scheiße. Bäh! Mistviecher. Da blinkt... Da leuchtet irgendwas. Komme ich hier hoch? Es ist voll dunkel. Ach, nicht schon mal so ein Auge. Ähm. Nein! Ich wollte damit... Scheiße. Ich wollte gerade da mitrennen. Das war zu langsam. Weil das ja so ein Schatten... Scheiße. Das war zu voreilig. Boah, das Spiel ist echt anspruchsvoll, ne? Also mit den Checkpoints und so. Böse, böse. Ohoho. Okay, das wird schwierig. Dass ich den Checkmithalte. Darin bin ich so gut. Nicht. So eine Scheiße. Die Leute ziehen im Starscream überall die 6 Jahre Entwicklungszeit bis jetzt her. Ernsthaft? Manchmal schalte ich die Schätze aus, weil es mir zu blöd ist, was manchmal die Leute da schreiben. Und traurig. So. Ich muss ein kleines Tick schneller sein. Ich muss rennen... Lauf... Rennen laufen. Irgendwie so. Das kann ja lustig werden. Toll, ich seh den Schatten nicht. Nein! Die kann auch stolpern? Die ist gestolpert. Oh, wie süß. Aber es hat mir jetzt leider mein Leben gekostet. Danke dafür, kleine Hexe. Mein Spaß. Wie spät ist es eigentlich? 0.17 Uhr, Alter. Ich muss mal langsam aufhören. Aber das möchte ich nur schaffen. Daran merkt man, dass sie meistens keine Ahnung haben. Ja. Bei vielen Menschen. So. Alter. Alter. Das ist nicht dein Ernst! Oh mein Gott. Das geht nicht. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Ich lauf daneben. Aha. Da bräuchte ich... Der sich mit... Oh ja. Ich lauf auch. Ja, das war der fetteste Fail für heute. Ja. Ja. Das können wir so stehen lassen. Kein Kommentar. Das mobbt mich doch alles hier. Jetzt sehe ich wieder nicht wo der Schatten. Das ist doch kacke. Das haben wir echt böse gemacht. Ja. Ganz vorsichtig. Man sieht hier aber echt kaum... Oh, das ist aber gemein. Sterbe ich jetzt? Ich will nicht wieder sterben. Was zum Teufel? Warum geht das auf? Nimmt mich mit! Hallo? Das Gefängnis. Errungenschaft freigeschaltet. Ist das echt ein Gefängnis? Oder sind wir die Gefangenen? Also je nachdem. Gefängnis passt ja. Aber ich kann nicht mehr denken. Vielleicht ist hier auch eine gute Stelle aufzuhören. Weil hier ist gerade so ein Checkpoint. Deswegen ja... Und ich mache jetzt schon wieder eine Stunde. Da hast du schon wieder so ein fettes Auge. Und das Lustige steht dir wahrscheinlich noch bevor. Oh.